der big ben da haben wir sechs uhr dann bombay 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 die uhr steht auf 18 uhr hier geht es weiter gucke mal eine an Das war's. Kinderleicht. Jetzt geht's weiter. Ein Schlüssel. Ein Schlüssel. Was haben wir denn jetzt für einen Erfolg bekommen? Meister der Direktion Sorgfalt ist die Mutter des Genies Bravo. Wer suchet, der findet. Glückwunsch. Das fiel Ihnen ja nicht besonders schwer. Sie haben den Schlüssel gefunden. Ja, danke. Gibt's die Erfolge immer, wenn man eine gewisse Zeit braucht oder sowas? Oder ich hab keine Ahnung. So. Wir sind im Büro des Richters Homs. Was haben Sie vor? Wollen Sie hier alles auf den Kopf stellen? Das wäre durchaus eine Möglichkeit. Ich gehe nicht, bevor ich gefunden habe, wonach ich suche. Denk... Natürlich Watson. Denken Sie an Ihre Kekse, wenn wir gehen, Homs. Natürlich Watson. Ach, die Letters wollte ich... Ah, was soll ich hier... Das sieht nach... Ah, hier brauchen wir die Rudergabel. Okay. Okay. Diese Tür ist äußerst... Am besten sehen wir uns hier weiter. So viele Trophäen. Der Richter ist bestimmt stolz darauf. Das Ruderer. Deshalb braucht er auch deine Rudergabel wieder. Und zwei davon haben wir ja schon. Okay. Es fehlt nur noch die dritte. Hier ist nichts interessantes. Eine Habano Clarissimo Zigarre. Es ist nur noch die Frage... Ah, da ist die dritte. Eine Rudergabel muss ein Souvenir sein. So und damit können wir jetzt hier hingehen. Unter den Öffnungen ist ein Mechanismus zu erkennen. Unter den Ö... Unter den... Unter den... Wie funktioniert das jetzt? Ah, Gottchen. Finden Sie heraus, welche Stellen vor allem der... Was war? Schließen. Äh, hier. Ein Löwe ist das Symbol. Dieser Gentleman ist definitiv ein leidenschaftlicher Ruderer. Er stellt sein Hobby sogar in seinem Büro zur Schau. Diese Notiz muss Richter Beckett sehr wichtig sein. Minus 3,14. Ein Löwe als Symbol. Eine Liste mit den Wappen der amerikanischen Universitäten. Äh... Hat ein Löwe... Hat ein Löwe... Ah, der Löwe muss nicht unbedingt das Symbol sein. Diese Notiz muss Richter Beckett sehr wichtig sein. Ich bin konstant bei 3,1415. Mir fehlen in... Mir fehlen... Eine Liste... Eine Liste... Ähm... Die Zähne war irgendwo in New York, oder? Kann ich die irgendwie... Eine Liste... Mir fehlen... Diese Notiz muss... Ja... Ich glaube, da fehlt mir vielleicht noch was... Da haben wir noch was... Der Richter war schon früher gerne rudern... Als Andenken an die Universität von New York... Richter Beckett hat dort studiert... Der junge Beckett mit seinen Freunden beim Rudern... Beckett, Ehrenmitglied... Es muss sich hierbei um eine Organisation handeln, der der Richter angehört... Sehen Sie sich dieses Symbol an... Es muss für Richter Beckett von großer Bedeutung sein... Diese Bilder verraten einem viel... Man muss sich einfach nur mal Zeit nehmen, sich die Bilder anzuschauen... Wenn man... Irgendwas untersucht... New York... Eine Liste... Ein griechischer Buchstabe... Sieht aus wie ein... V... So ein komisches V... Ich will die Tafeln noch umdrehen... Was könnte das hier sein? Unter den... Äh... Mir fehlen... Ein griechischer Buchstabe... Ein griechischer Buchstabe... Ein griechischer Buchstabe... Diese nur... Äh... Haben wir hier sonst irgendwas interessantes... Hier war sonst nichts mehr, ne? Nein... 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 Hier ist nichts mehr... Haaa... Was haben wir hier noch? Ah... Das sind die Kinder also... Sehr interessant... Sind wieder die Kinder... So... Das hatten wir schon auf... Das haben wir auch auf... Griechisch... Griechisch gab es zuletzt... Als Unterrichtsfach... Hm... Griechisch Buch... Schulbuch... Hm... Da geht's nur in die Küche... Eieiei... Ähm... Ich glaube ich hört's aber auch gleich auf für heute... Ja... Ja... Das weiß ich... Ja... Sonst ist ja aber nix mehr... Hm... Hm... Wie kann ich denn klicken? Eine Liste mit den Wappen der Amerik... Universität von New York... Eine Liste mit den Wappen der Amerikanischen Universitäten... Das ist da drauf... Das ist da auch drauf... Die beiden sind da drauf... Und das mit dem grünen Kreis... Ist das auch drauf... Eine Liste mit den Wappen... Eine Liste mit den Wappen... Eine Liste mit den Wappen der... Also er war an der Universität New York... Das heißt also es sind nur die vier übrig... So... Jetzt müssen wir überlegen... Kann ich irgendwas hier machen oder so? Ne... Zurücksetzen... Ja... Ich kann nix zurücksetzen... Ich hab das Gefühl hier gehört noch was hin... Aber was denn? Naja... Aber das soll's für heute gewesen sein... Wir sehen uns das nächste Mal wieder wenn's... Wir sehen uns wieder wenn's heißt... Let's play das Testament des Sherlock Holmes... Bis neulich... So...